Hallo, wir sind Bianca und Benedikt und wir organisieren dieses Jahr gemeinsam mit unserem Team das Alumnium. Genau, und zwar findet dieses hier im Studio B statt. Und wir holen für euch die erfolgreichen Absolventen unserer Hochschule wieder zurück nach Mittweida und an diesem Abend könnt ihr sie über den Werdegang ausquetschen. Und das in einer ziemlich fetten Location. Wie es wird so der Hotspot der Nacht der Wissenschaft mit DJ, Cocktails und viel mehr. Und egal ob Studieninteressierter, Student, Cocktailtrinker oder Lounge-Liebhaber, wir haben alles für euch. Also, wir heißen euch herzlich willkommen am 7. Juni im Alumnium. Ciao, wir sehen uns. Bis dann!